Der nächste Tag ist angebrochen. Wahrscheinlich der letzte sonnige Tag hier in Sochi. Es scheint... Es ist ein starker Wellengang, wenn man das auf Deutsch sagen kann. Ich glaube ja. Starker Wellengang. So stark war es hier noch nie. Das sogar bis dort, bis hier, bis zum Rand, die Wellen spritzen. Und man sieht auch, wie die Riesenwellen hier ankommen. Das Meer ist übrigens gräulich. Gräulich mit weißer Gischt. Und die Sonne scheint. Es ist gerade morgens. Neun Uhr. Ich stehe jetzt vor diesem Plakat, über das ich vor einigen Tagen berichtet habe. Hier die unglaublich hohen Löhne als Verkäuferin. Was dann da wird, das heißt Verkäufer. 28.000 Rubel. Ein erfahrender Verkäufer bekommt 35.000 Rubel. Und Direktor 62K. Alles klar. Ja. 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 Ja.